Zurück, Suri. Zurück. Nee, zurück. Wir kommen jetzt hier alle rein. Nuno, warte. Die kommen alle hier zu dir. Hallo. Lass durchgehen. Hey. Ich mach schon zu. Hallo, Suri Maus. Komm hier. Hallo, Nuno. Oh. Von beiden Seiten gleich. Von beiden Seiten gleich. Geh ruhig ein Stück hoch da. Schön voll lachen. Aua. Nündchen, lass sie mal durch. Nee, Isi. Bleib mal hier. Isi, nein. Na, das ist alles hier aus dem... Ist alles unterhüllt. Ach was. So eine Omi. Oh, hier. Was denn? Glas oder was? Das ist Plastik, oder? Ja. Nee, ne, das ist irgendeiner Bauschutt vergraben. Ich finde das ja immer. Ich auch. Mönchen. Und Pfeilnassen. 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 Das ist nur Omi lieb. Kim wie immer. Mönchen. Pfeilnassen. Hallo. 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 Hör meine Große. Ja, du bist die Hübscheste. Wie bist du da? Pfeilnassen. Ein blödes Halsbann hat jetzt auch angefangen abzufärben. Hallo. Wenn du von Isi mal von vorne was hinkriegst... Ach so, ja. Ist ja schon... Ist gut. Ohmchen.